Oder dass sich ihm so viele anschließen würden. Aber fast ganz Orsamer hat erkannt, was er wirklich ist. Und wir werden diesen Aufstand sicher bald unter Kontrolle bringen. Wohl wahr, mehr als jeder andere außer meiner Frau. Und dafür danke ich euch. Wer dem Thron loyal gegenübersteht, beginnt umgehend mit Vorbereitungen für einen Feldzug zur Oberfläche. Orsamer hält seine Verträge ein. Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss zum Palast und unsere Pläne zur Ausführung bringen. Diesen Stab habe ich als König Andrins Berater getragen. Nehmt ihn als Erinnerung an euren Platz in Orsamer. Ich wünsche euch Glück gegen die Verderbniswächter. Mögen wir vier weiteren Jahrhunderten Frieden entgegenblicken. An eure Rolle bei dieser Wahl wird man sich stets erinnern, Wächter. Bis zum nächsten Mal.